Gabriela ist echt eine Flasche. Wieso? Vielleicht passen die beiden wirklich nicht zusammen. Man kann niemanden zu seinem Glück zwingen. Ich habe euch etwas mitzuteilen. Ich werde morgen für einige Zeit verreisen. Zu Mama? Ach, das hat doch keinen Sinn. Nein, einfach nur so. Weg. Jetzt reicht's. Hören Sie endlich auf, sich an Anoranz zu machen. Lassen Sie die Finger von ihm! Erika! Untertitelung. BR 2018 Ich habe das nicht so gemeint. Ach, wie dann? Es ist nur, weil... Sie reisen doch bald wieder ab. Und wenn Arno sich wirklich für Sie interessiert und dann wieder verlassen wird... Aber ich bin doch nur mit Arno essen gegangen. Erika, es geht dir doch überhaupt nicht um Arnos Gefühle. Das wissen wir doch beide. Doch, natürlich! Pah, von Blödsinn! Ich... Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Elisabeth sich mit Arno trifft. Es sah vor ein paar Minuten aber noch ganz anders aus. Da habe ich mich wohl auch im Ton vergriffen. Entschuldigen Sie, Elisabeth. Ich muss noch mal in die Luft. Kathi, es sind doch nur ein paar Wochen. Erst Mama und jetzt du. Bald bin ich ganz alleine hier. Ach, das ist doch Quatsch! Du kannst jeden Tag in ein anderes Zimmer. Du kannst Partys feiern, so viel du willst. Ja, mach dich ruhig lustig über mich. Ich will dich nur ein bisschen aufmuntern. Schon gut. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Und ganz allein bist du schließlich auch nicht. Caroline und ich sind auch noch da. Aber ihr wollt doch bestimmt bald eure Hochzeitsreise machen. Aber erst nach der kirchlichen Traum. Und wir können jeden Tag etwas unternehmen. Einkaufen, Kino und so weiter. Siehst du, es ist alles halb so schlimm. Und vor Clarissa brauchst du auch keine Angst zu haben. Herr Rohloff und ich werden dafür sorgen, dass Clarissa dich in Frieden lässt. Sie wird dir nicht so nahe kommen. Clarissa wird dich nicht mehr belästigen. Sie hat kein Motiv mehr. Barbara und ich sind weg. Die beiden hätten wenigstens anrufen können, wenn sie schon nicht kommen. Ja, nochmal laden wir die beiden nicht zusammen ein. Nee, bestimmt nicht. Tja, damit ist unsere Verkupplungsaktion wohl beendet. Also, ich hab keinen Bock mehr. Und ihr? Nee. Wenn die zwei einfach nicht wollen, Pech gehabt. Eine versaute Party ausgerechnet am letzten Abend von Kontur. Ja, echt dumm gelaufen. Ach, Uli, könntest du bei dem neuen Besitzer mal ein gutes Wort für mich einlegen? Vielleicht übernimmt er mich ja. Was ist da mit dem Moteln? Läuft das nicht? Doch schon, aber es ist so unregelmäßig. Na, das war bei Steffi genauso. Ich hab's lange keinen Auftrag mehr gehabt. Ich muss meine Flugstunden bezahlen und meine Schulden bei Kati. Ich geh hier. Und, wie viel Schuld ist sie ihr noch? Frag lieber nicht. Kontursander? Hallo. Ja, der ist da. Einen Moment. Ich geb ihn dir. Für dich, Kati. Danke. Na, mein Schatz. Ach, das noch. Klar. Ich bin sofort bei dir. Ihr Stiefvater wird für einige Wochen Friedenau verlassen. Jetzt fühlt sich Kati bestimmt noch mehr alleingelassen. Ihr seid nicht sauber, wenn ich jetzt fahre, oder? Nein, natürlich nicht. Wenn sich was mit einem Job ergibt, dann rufst du mich an? Klar, mach ich. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tja, und tschüss Kontur. Bereust du es jetzt doch, dass du ihn verkauft hast? Nee, ich würd was anderes finden, was mir Spaß macht. Jetzt versteh ich gar nichts mehr. Nee, du, ich auch nicht. Na? Hallo. Was ist? Was starrt ihr uns so an? Kannst du mir mal erklären, was jetzt abgeht? Wir haben uns zufällig im No Limits getroffen. Und das Ergebnis seht ihr ja. Ich kaufe ihr einfach nicht ab, dass es ihr um Arnos Gefühle geht. Aber wieso denn? Wenn man einen Menschen lange geliebt hat, dann macht man sich auch später noch Sorgen um ihn. Tja, Sorgen, okay. Aber so wie sie ausgeflippt ist, da steckt doch was anderes dahinter. Ich glaube, sie ist eifersüchtig. Aber nein, wieso sollte sie denn? Sie hat doch die Beziehung beendet. Das hätte sie nicht getan, wenn sie noch was für ihn empfinden würde. Erik hat damals auch schon mal mit mir Schluss gemacht, obwohl sie mich noch geliebt hat. Ihr wart schon mal getrennt? Ja. Und dann hat sie Arnos Heiratsantrag angenommen. Und kurz vor der Hochzeit hat sie sich wieder für mich entschieden. Na ja, weil sie gemerkt hat, dass sie dich mehr liebt als ihn. Ja. Du sagst es. Das heißt aber doch noch lange nicht, dass sie Arno nicht mehr liebt. Nee, na. Ich glaube, du interpretierst in die Geschichte viel zu viel hinein. Ich würde eher gern glauben, dass sie nicht mehr an Arno hängt, aber nach dem Auftritt vorhin... Ich bin mir ziemlich sicher, du liegst mit deiner Vermutung falsch, aber... frag doch Erika ganz einfach direkt danach. Das ist ein richtig beschissenes Jahr. Alle, die mir wichtig sind, haben mich verlassen. Erst Jackie, dein Gero, Mama und jetzt auch noch Christoph. Und warst du mit mir? Bin ich nicht wichtig? Doch, du bist ja überhaupt der Allerwichtigste. In einigen Wochen kommt Christoph doch zurück. Und ein gutes hat seinen Urlaub doch. Clarissa wird dich in der Zeit in Ruhe lassen. Das glaube ich kaum. Schließlich hat sie Friedenau immer noch nicht für sich alleine. Aber es ist niemand mehr da, den sie mit ihren Erpressungen unter Druck setzen könnte. Trotzdem, dass Clarissa alleine in ihrer Suite hockt und gegen niemanden intrigiert, das wäre sozusagen eine Premiere. Naja, irgendwem wird ihr das Leben schon schwer machen. Hauptsache nicht mehr dir. Tja, dann hätte mein Bodyguard ja einen echt lauen Job. Wenn ihm langweilig ist, kann er gerne dem Gärtner im Garten helfen. Oder Christiane beim Aufräumen. Naja, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir keine Angst mehr haben müssen. Ich hätte so ein ganz schön mulmiges Gefühl, als wir den zweiten Erpresserbrief für uns behalten haben. Wenn wir Mama davon erzählt hätten, dann wäre ich jetzt in Singapur. Stimmt. Und ich wäre ganz alleine hier. Hey, ich bin hier die Traurige. Aber du bist nicht immer so traurig wie eben. Stimmt's? Nein. Ich will dafür, dass wir in den Club gehen. Ja, okay. Was ist mit dir? Ja. Willi? Ja, klar. Ich muss Gabriella nur noch ein abgefahrenes Obernteil zeigen. Komm mal mit. Und, wo wollen wir hin? In der Altstadt hat ein neuer Club aufgemacht. Guter DJ? Ja. Ziemlich cooler Typ aus L.A. Gucken wir uns die Party mal an. Was ist los? Nichts. Seid ihr hier aufgetaucht? Seit hast du kein Wort gesagt. Und besonders glücklich siehst du auch nicht aus. Also? Ich bin glücklich, aber... Aber? Ich weiß immer noch nicht, ob ich deiner vertrauen kann. Was ist, wenn er beim nächsten Streit wieder mit einer anderen ins Bett geht? Ach, jetzt mach dir doch nicht immer so einen Kopf. Meli, das könntest du mir tausendmal sagen. Ich kann ihm immer noch nicht vertrauen. Dann verstehe ich nicht, wieso du wieder was mit ihm anfängst. Ich bin eben in ihn verliebt. Dann hör auf, Probleme zu sehen, wo keine sind. Freu dich lieber, dass zwischen euch wieder alles okay ist. Oh mein Gott. Oktober in Bonn. Ich bring dich noch schnell zur Tür. Nach einer überwiegend klaren Angriff... Nina? Hi. Ist deine Mutter schon ins Bett gegangen? Sie ist nicht bei Arnof. Hattest du das wissen willst? Könntest du bitte den Fernseher für einen Moment ausmachen? So? Bitte, Nina. Nach dem Zweiten Weltkrieg bald wieder eine Regenreise. Ich weiß selber nicht, was eben los war. Da führe ich umso besser. Du bist eifersüchtig auf dem Arm. Nein, wie kommst du drauf? Elisabeth kann sich so oft mit Arno treffen, wie sie will. Das ist mir egal. Ich liebe dich. Das sagst du doch nur, um mich zu beruhigen. Nein, das sage ich, weil es die Wahrheit ist. Ach, du lügst mich doch an. Das war doch offensichtlich, dass du eifersüchtig auf sie bist. Das stimmt nicht. Ich kann mir selbst nicht erklären, warum ich sie so angefahren habe. Aber eins ist sicher. Für Arno empfinde ich nichts mehr. Wenn doch, tu mir bitte den Gefallen und entscheide dich schnell für ihn. Das ewige Hin und Her wie damals, das mache ich nicht noch einmal mit. Nina. Ich liebe doch nur dich. Tut mir leid, aber da habe ich im Moment so meine Zweifel. Ich gehe jetzt ins Bett. Und zwar in eines der Gästezimmer. Wie war das mit Bier auf Wein? Irgendwie musste ich mich doch beschäftigen, während du mit Daniel getanzt hast. So gesprächig wie Gabriella war. Das wundert mich, dass Daniel nicht gerafft hat, was mit ihr los war. Wahrscheinlich kommt er gar nicht auf die Idee, dass sie immer noch über seinen One-Night-Stamp mit Natascha nachdenkt. Sie hat sich da voll in was verrannt. Kannst du ihr nicht mal klarmachen, dass er nur mit Natascha geschlafen hat, weil die ihn reingelegt hat? Das versuche ich doch ununterbrochen. Das ist zwecklos. Du, nichts gegen Gabriella, aber langsam fängt sie wirklich an zu nerven. Tut gerade so, als würde Daniel ständig mit anderen Frauen abziehen. Und ich weiß langsam echt nicht mehr, was ich ihr noch sagen soll. Ich glaube, reden hilft da nicht mehr weiter. Wir müssen ihr beweisen, dass sie Daniel falsch einschätzt. Und wie? Ich wüsste da schon was. Was denn? Das ist ziemlich ungewöhnlich, aber... Das könnte funktionieren. Uli, jetzt spuck schon aus. Möchtest du dich noch etwas hinlegen? Nein, bloß nicht. Ich kann Bettner inzwischen nicht mehr sehen. Wenn die Karte immer so angeschläft haben, hat das ein stressfreier Job. Oh, hallo Isabel. Hallo. Ihr scheint es ja schon wieder ganz gut zu gehen. Ja, ich fühle mich auch viel besser. Danke. Dich hier auf dem Schloss auszukurieren, ist das Beste, was du machen kannst. Hallo Isabel. Herzlich willkommen. Danke. Fühl dich hier wie zu Hause. Guten Tag, Herr von Anstetten. Ich wollte dir eine angenehme Reise wünschen und mich bei Ihnen verabschieden. Dankeschön, Heino. Haben Sie noch ein paar Minuten Zeit? Ich möchte gerne noch etwas mit Ihnen besprechen. Ja, klar. Und mit Ihnen auch Herr Roloff und Henning natürlich. Okay. Ihr kommt alleine zurecht? Oh, ja, ja. Wir packen erstmal Isabel. Alles klar. Es geht um Kathi. Ich hoffe, ich kann mich darauf verlassen, dass in meiner Abwesenheit alles Erforderliche für Sie getan wird. Sie waren überzeugt, dass wir in Ihrer Abwesenheit keine Gefahr für Kathi besteht. Trotzdem, Kathi muss rund um die Uhr beschützt werden. Selbstverständlich. Ihr wird nichts passieren. Danke, Heino. Ich freue mich, dass Kathi so einen verantwortungsbewussten Freund hat. Trotzdem muss ich Sie darum bitten, nichts mit Kathi zu unternehmen, was Sie nicht vorher mit Herrn Roloff abgestimmt haben. Ja, das geht klar. Henning vertritt mich in allen Belangen. Wenn Sie also irgendwelche Probleme haben, wenden Sie sich an ihn. Genau. Ja, damit wäre alles geklärt. So, und jetzt werde ich Clarissa einen Besuch abstatten. Bis später. Ciao. Ich bin mal gespannt, was Gabriella für unseren Plan hält. Was für einen Plan? Millie wird dir alles erklären. Ciao. Ciao. Also, was für einen Plan? Jetzt komm doch erst mal rein. Willst du einen Kaffee? Nein, ich möchte erst wissen, was er euch überlegt hat. Also, Uli hat die ultimative Idee, wie Daniel dir seine Treue beweisen kann. Aha. Du engagierst eine professionelle Treuetesterin. Guter Witz. Sag mir mal bitte, was er sich wirklich ausgedacht hat. Nein, das ist kein Witz. Millie, ich soll Daniel einen Callgirl auf den Hals hetzen? Eine Treuetesterin ist doch kein Callgirl. Sondern? So eine Frau arbeitet ganz seriös. Sie baggert Typen an und versucht, sie abzuschleppen. Und wenn sie darauf eingehen, macht sie die Fliege. Hinterher bekommst du dann von ihr einen Bericht, wie sich dein Freund verhalten hat. Und woher soll ich wissen, dass sie mir keine Märchen erzählt? Man kann auch dabei sein, versteckt natürlich. Steht alles hier in diesem Artikel. Und was sagst du? Das ist doch die Idee. Dann weißt du endlich, woran du mit Daniel bist. Ist das nicht eine Spur zu heftig? Ach, willst du nun Klarheit, ob du ihm vertrauen kannst? Ja, schon, aber... Nichts aber. Du rufst jetzt die Nummer an, die in dem Artikel steht und engagierst diese Frau. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist denn Nina schon im No Limits? Ja. Frühstücken Sie mit mir. Gern. Ich wollte mich auch noch mal für mein unmögliches Verhalten gestern Abend entschuldigen. Erika, ich möchte hier keinen Unfrieden stiften. Wenn Sie das nicht gerne sehen, dass ich mich mit Arno treffe, dann werden wir eine Lösung finden. Das ist Unsinn. Sie können sich natürlich mit Arno treffen, so oft Sie wollen. Und ich verspreche, so etwas wie gestern Abend kommt nicht mehr vor. Okay. Von mir aus ist die Sache erledigt. Ich wünschte, Nina würde auch so denken. Ihre Äußerungen haben Sie ziemlich verletzt. Mhm. Sie denkt, ich bin eifersüchtig. Und? Sind Sie es? Na, überhaupt nicht. Aber sie glaubt mir nicht. Nina hat mir erzählt, wie schwierig Ihre Beziehung verlaufen ist. Ich denke, sie hat ganz einfach Angst, dass sich das wiederholt. Dass sie wieder verlassen wird. Mhm. Ich liebe sie. Und ich möchte für immer mit ihr zusammenbleiben. Aber ich müssen Sie nicht überzeugen. Guten Morgen, Clarissa. Bist du, schafft mir das seltener Vergnügen? Das weißt du nicht? Nein. Ohne Gregor Steinfeld bist du wohl aufgeschmissen. Komm zur Sache, ich habe viel zu tun. Ich wollte dir nur mitteilen, dass ich Friede noch verlassen werde. Wie schade. Ich werde dich vermissen. Die paar Wochen wirst du auch ohne mich überstehen. Sagtest du Wochen? Mhm. Ja, ich fahre nur in den Urlaub. Gönn dir doch eine längere Auszeit. Ich warne dich, Clarissa. Wenn du Kathi während meiner Abwesenheit auch nur ein Haar krümmst, wird dich das teuer zu stehen kommen. Zum letzten Mal. Ich habe mit dieser lächerlichen Erpressung nicht das Geringste zu tun. Der Polizei kannst du vielleicht was vormachen, aber nicht mir. Deine durchgedrehte Frau ist mir mit ihren Anschuldigungen schon genug auf die Nerven gegangen. Also jetzt fang du nicht auch noch an. Ich gehe davon aus, dass wir uns verstanden haben. Ob das glaubst du denn nicht? Ich erpresse Kathi nicht. Das ist doch besser so. Für dich. Wolltest du nicht weg? Ich hoffe, dass sich bis zu meiner Rückkehr hier einiges verändert hat. Das hoffe ich allerdings auch. Wie er wollt. Ich kann ihn direkt anbaggern oder auf schüchtern machen. Das funktioniert allerdings nur, wenn er ein Typ ist, der gern erobert wird. Also am besten du ziehst alle deine Register, oder? Kein Problem. Brauchst du doch irgendwelche Infos über Daniel? Nein, sonst langweile ich mich nachher, wenn er mir dann die gleichen Geschichten entspricht. Ich weiß nicht, dass er nicht mehr zählt. Los geht's. Ich hoffe, dass er mich abblitzen lässt. Ich hoffe, dass er mich abblitzen lässt. Millie, sollen wir sie nicht zurückholen? Die Nummer ist echt ein bisschen link. Jetzt wird kein Rückzieher gemacht. Und was ist, wenn er drauf reinfällt? Das wird er nicht. Tja, hoffentlich. Hast du los, mir auch eine Stunde zu geben? Kati? Kati, er kommt doch bald wieder. Ich werde mich regelmäßig melden. Du brauchst dir keine Gedanken machen. Ich hab alles fest im Griff. Ach, das weiß ich doch. Und was Peter Kaufmann betrifft. Ich werde alles daran setzen, ihn zu finden. Ja. Die Schlagzeile, Clarissa von Anstetten als Heiratsschwindlerin entlarvt, wäre das Willkommensgeschenk. Ich werde mich bemühen. Gut. Herr von Anstetten, der Wagen wäre dann da. Ja, ich komme. Gute Reise, Christoph. Clarissa. Ich glaube, dein Telefon klingelt. Ich wünsche dir eine schöne Zeit hier. Danke. Und dir eine gute Reise. Danke. Kati, noch ein Mikro für Sie. Ein paar Wochen mit der Bade. Schreibst du mir von überall eine Postkarte? Versprochen. Okay, dann viel Spaß. Ja. Und halte dich bitte an die Anweisungen von Herrn Roloff. Es geht um deine eigene Sicherheit. Mach ich. Gut. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen, Karolin. Wiedersehen. Ja, gut. Hallo. Ich habe uns was gekocht. Und du meinst, mit einem Essen ist alles wieder gut? Nina. Ich habe dich sehr verletzt, das weiß ich. Aber ich habe es wirklich nicht so gemeint. Ich liebe dich. Nur dich. Das würde ich dir gerne glauben, aber ich... Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal geküsst haben? Natürlich. Im Kino bei grünen... Grüne Tomaten. Eben. Ich liebe dich noch genauso wie damals. Wie an unserem ersten Tag. An dem Tag hast du doch auch Arno geliebt. Aber jetzt nicht mehr. Das gestern war echt ein Schock für mich. Ich kann nicht einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Gott, was soll ich denn machen, damit du mir glaubst? Na gut, wenn du nicht mehr mit mir essen willst. Doch. Das mit den grünen Tomaten ist echt süß. Kalt schmecken sie nicht, oder? Stimmt. Setz dich schon mal hin. Ja. Möchtest du Wein? Ja, gern. So, ich zeig's dir noch mal. Also. Also seitlich zum Netz und dann ausholen. Ja, aber du musst den Schläger anders halten. Schau. So und im Handgelenk nach vorne drehen. Genau. Dann holst du aus, schlägst, triffst hier den Ball. Dass er hier Tennisstunden gibt, heißt noch gar nichts. So richtig? Ja, genau. Du bist wirklich ein toller Lehrer, Daniel. Na, ich weiß nicht. Bisher hast du noch keinen Ball übers Netz gebracht. Wenn du mir regelmäßig Stunden gibst, kriege ich das auch noch hin. Mal sehen, ich hab nicht so viel Zeit im Augenblick. Aber einen Drink nehmen wir doch noch zusammen. Tut mir leid, ich hab schon was vor. Und heute Abend, wir könnten schwimmen gehen und anschließend essen wir eine Kleinigkeit. Bei mir zu Hause. Ich find dich wirklich sehr nett. Aber meine Freizeit verbringe ich lieber mit meiner Freundin. Also, wenn es an deiner Freundin liegt, du musst doch nichts erfahren. Wie wär's, wenn wir nachher noch in der Ausreiten gehen? Von mir aus? Ja. Wir können auch was anderes machen, wenn du willst. Nee, Reiten ist schon okay. Wie ist das? Kommst du dann mit oder können wir mal alleine? Ich komme besser mit. Es ist unglaublich. Dieses Schloss ist einfach nicht leer zu kriegen. Würdest du uns bitte in Ruhe lassen? Die Tür ist hinter dir. Du bleibst da eine gute Erziehung. Du hast mir deine Gäste noch gar nicht vorgestellt. Glaubst du wirklich, dass hier irgendjemand Wert auf deine nähere Bekanntschaft liegt? Lass die junge Dame doch besser selbst entscheiden. Ich bin Gräfin von Anstetten. Die Gräfin von Anstetten. Wie darf ich Sie ansprechen? Wie ich höre, sind Sie die Schwester unserer Künstlerin? Heißen Sie nun Odendal oder Moor? Moor ist schon richtig. Clarissa, bitte. Ich will nicht, dass Ihr Schwager die Kontenanz verliert. Wir sehen uns sicher noch. Na dann, guten Appetit. Einen schönen Tag. War das okay, dass ich mich zurückgehalten habe? Vollkommen. Clarissa soll sich für einen guten Freund der Familie halten. Das war also die berühmte Clarissa. Nach dem, was du mir erzählt hast, hätte ich nicht gedacht, dass sie mich so freundlich begrüßt. Ja, am Anfang tut sie immer so freundlich. Aber lass dich bloß nicht täuschen. Clarissa ist die hinterhältlichste Person, die mir je begegnet ist. Gehe bitte aus dem Weg. Das Schloss ist so groß, der werde ich ihr mit Sicherheit nicht oft begegnen. Tja, leider läuft sie uns häufiger über den Weg, als uns allen lieb ist. Und dann läuft es immer so ab? Ja, meistens. Ziemlich anstrengend, weißt du? Das kann man wohl sagen. Aber wenn wir uns alle nicht provozieren lassen, wird sie irgendwann die Lust in diesem Theater verlieren. Am besten, wir ignorieren sie einfach. Ich denke, wir können machen, was wir wollen. Clarissa wird uns nie in Ruhe lassen. Mich hat noch nie ein Typ so abblitzen lassen. Sogar als ich ihn direkt angebaggert habe, hat er die Flucht ergriffen. Wahrscheinlich hat er die Tür zur Dusche verrammelt, damit ich ihn nicht belästige. Möglicherweise bist du einfach nicht sein Typ. Nein, er hätte jede abblitzen lassen, egal ob blond oder dunkelhaarig, dick oder dünn. Sicher. Ich mache den Job jetzt schon seit zwei Jahren. Mittlerweile erkenne ich Casanovas an der Art, wie sie Hallo sagen. Dein Daniel ist einer von der treuen Sorte. Da brauchst du dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Glaubst du es jetzt endlich? Ja, ich habe mich wohl getäuscht. Wie ist das eigentlich mit dem Geld? Meine Agentur schickt eine Rechnung. Habe ich das richtig verstanden? Du hast diese Frau engagiert, um meine Treue zu testen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.